Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins, Folge Nummer 27 müsste das jetzt sein. Joa, und jetzt sprechen wir mal mit den Leuten hier drin. Danal. Wollt ihr weiteren Ärger machen? Viel mehr verkraften wir in Lotharing jetzt nicht. Das ganze Chaos tut mir leid. Sie waren selbst schuld daran und sie haben ohnehin genug Ärger gemacht. Aber ich wäre euch dankbar, wenn ihr es dabei belassen könntet. Also gut, mein Name ist Danal. Leider fehlt mir die Zeit zum Plaudern. Wie ihr seht, haben wir ein volles Haus. Ihr habt mir zufällig Zimmer zu vermieten? Seht euch um. Die Leute schlafen auf dem Boden und im Speicher. Ihr seht also, wie viele Zimmer ich nicht zu vermieten habe. Nachricht angekommen. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Ritter aus Redcliffe durchstreifen das Land auf der Suche nach dem Ort, wo Andrastes heilige Asche aufbewahrt wird. Ist das nicht unfassbar? Die Urne mit ihrer heiligen Asche ist ein Mythos. Aber diese Ritter sagen, sie müssen sie finden, um Arl Eamon zu heilen. Ich wusste nicht einmal, dass er krank ist. Mhm. Das ist natürlich blöd. Vielleicht hat er sich mit der Verderbnis infiziert. Dann sieht es für Ferelden noch düsterer aus, als wir dachten. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, wir werden uns ab und zu auch mal diese Gerüchte näher anhören. Und zwar auch gleich. Denn manchmal gibt es, wenn wir diese Gerüchte anhören, auch Quests. Und das ist natürlich, äh, auf jeden Fall, dass ich die machen möchte. Das ist ja logisch. Gut, aber erstmal, wer waren eigentlich diese Männer gegen, die ich gekämpft habe? Als Terrin Loghain vorbeimarschiert ist, hat er sie hier gelassen, um nach grauen Wächtern Ausschau zu halten. Ich nehme an, das seid ihr. Ja, so ist es. Ich habe keine Zweifel an euch, egal was der Terrin sagt. Mein Großvater hat gedient. Euer Geheimnis ist bei mir sicher. Was darf es denn sein? Das ist schön. Ein weiterer Verbündeter. In solchen schweren Zeiten ist das, äh, echt einiges wert. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Aus Denerim heißt es, Terrin Loghain wurde zum neuen Regenten ernannt. Wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass seine Tochter die Königin ist. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Sie ist noch die Königin. Das wird sich aber vielleicht bald ändern. Habt ihr noch weitere Gerüchte gehört? Ich mach das jetzt einfach mal. Ich werd auch jetzt nicht mal dazwischen sagen. Klick einfach jetzt mal auf zwei, bis er irgendwann nichts mehr hat. Dem Erbauer sei Dank, dass wir Terrin Loghain in Osta gar nicht verloren haben. Es heißt, er habe seine Truppen rechtzeitig zurückgezogen. Ohne ihn wären wir verloren. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ein paar Reisende haben berichtet, dass in Radcliffe etwas Schreckliches geschehen sein könnte. Vielleicht wurde es von der dunklen Brut überrannt? Es gibt keinerlei Nachrichten von dort. Einer meiner Freunde, ein Händler, ist einem Flüchtling begegnet. Und der sagte ihm, dort würde ihn nichts als der Tod erwarten. Also hat er klugerweise kehrt gemacht und ist direkt zurückgekommen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ich habe gehört, Terrin Loghain, der Regent, ziehe neue Rekruten ein. Er will die Armee wieder aufbauen, die wir in Osta gar verloren haben. Das Problem ist, dass es nicht mehr viele fähige Männer gibt. Bei Drachengipfel sind Zwangsrekrutierer unterwegs, die jeden freien Mann mitnehmen, den sie finden können. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ich glaube, das war jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, was ich eben gemeint hatte. Ich glaube, dass wir jetzt in der nächsten Zeit zum Drachengipfel oder die Quest extra für den Drachengipfel freigeschaltet worden ist. Weil das ist nämlich eine extra Quest. Und ich glaube, weil er uns das jetzt erzählt hatte, wird die jetzt, glaube ich, irgendwann freigeschaltet. Also deswegen höre ich mir die Sachen überhaupt erst an. Sonst würde ich mir die ja nicht anhören. Jetzt wo König Kaelin tot ist, geht der Thron an Königin Anora. Allerdings hat sie zumindest vorläufig ihren Vater zum Regenten ernannt. Ich glaube, Kaelins Vater, der alte König Maric, hätte dem zugestimmt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ob der ihm zugestimmt hätte, das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Aber die sollen sich nicht so lange auf den Thron ausruhen. Es gibt nämlich bald zwei Nachfolger. Mehr möchte ich darüber noch nicht erzählen. Das ist vielleicht eine gute Frage. Man sagt, der Zwergenkönig sei gestorben. So alt wie er war, wurde er vielleicht vergiftet oder ermordet. So treten Zwerge doch normalerweise ab, oder? Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Das weiß ich nicht, ob die Zwerge so abtreten, aber gewöhnlich ist sowas, glaube ich, nicht. Irgendetwas geht dem Magierturm im Kaelin Hartsee vor sich. Niemand weiß etwas Genaues und die Templer wollen nichts erzählen. Genau das brauchen wir jetzt, was? Hoffen wir mal, dass die Magier nur etwas gegen die dunkle Brut aushacken. Irgendwer muss ja irgendwann mal etwas unternehmen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? In Denerim wurde die Trauerfeier für König Kaelin abgehalten. Die oberste Klerikerin hat einen ganzen Tag der Trauer ausgerufen. Und der Trauerzug war eine Meile lang. Es ist schade, dass sie sein Leichnam nicht angemessen verbrennen konnten. Unvorstellbar, was ihm die Klauen dieser Kreaturen angetan haben müssen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Arl Uryne ist nicht wirklich in Ostagar gefallen. Sein Sohn, Lord Vaughn, hat die Antiva-Krähen angeheuert, um ihn schon vorher umzubringen. Allerdings wurde er zuvor selbst bei einem Elfenaufstand getötet. Lol. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Reisende auf den östlichen Straßen haben berichtet, dass es im Brasilienwald Wehrwölfe gibt. Echte Wehrwölfe! Seit den Tagen von Dane wurden keine mehr gesehen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Also Wehrwölfe, das wäre glaube ich ein ganz großes Problem. Aber mal gucken, wie wir das dann auch mal lösen werden. Es gibt auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu tun. Habren, die Tochter des Arls von Südhang, hat Unsummen des Geldes ihres Vaters für Welpen ausgegeben. Was sie mit ihnen macht, weiß niemand. Aber sie kauft jede Woche einen neuen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Die Handwerker des Freudenhauses, die Perle drohen mit Schließung, wenn sie nicht endlich als echte Gilde anerkannt werden. Könnt ihr euch das vorstellen? Als wären sie nicht schon schlimm genug. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Die Handwerker klingen nach einer Organisation Dieben, in Anführungsstrichen. Im Moment wüsste ich nicht, was ich euch erzählen könnte. Jetzt haben wir viele neue Codex-Einträge bekommen. Unten links, das ist sehr gut. Und wahrscheinlich auch so die eine oder andere Quest sicherlich, ne? Der getötete Templar, Anschlagtafel des Kantors. Das sind alles die anderen, die könnte man mal bei Zeiten dann vorlesen. So, wen haben wir denn jetzt noch hier erkunden? Warum beschützt uns denn niemand? Der Terran ist einfach weiter marschiert und hat uns im Stich gelassen. Ja, ja. Lass mich mal durch, Liliana. Danke. Balin. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Mhm. Ihr habt keine Lebensmittel mehr. Beinahe jede Nacht kommt und geht ein ganzer Schwung von Flüchtlingen. Sie alle haben knurrende Mägen, traurige Geschichten und Erbstücke zum Tauschen. Ich habe diesem verdammten Händler da draußen vor zwei Wochen die Hälfte meiner Vorräte verkauft. Und jetzt verlangt er unverschämte Preise für meine Lebensmittel. Aha. Keine Sorge, um den habe ich mich gekümmert. Stimmt doch gar nicht. Naja, oder doch? Wirklich? Nun, was soll ich dazu sagen? Danke? Ja. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. So, was hast du denn? Ist ja hier die Frage. Aha. Das ist natürlich für einen Magierin ganz gut, ne? Verringert Feindseligkeit. Das heißt, die wird nicht so schnell angegriffen. Na hier. Goldene Seilhalskette. Diese einzigartige Halskette besteht aus feinen Goldfäden, die zu einem dicken Seil verzwirbelt wurden. Kaufen wir mal, auch für 14 Silber. Ist zwar nicht billig, aber naja. Ein Krug verwässertes Bier. Zwei Kupfer können wir auch mal kaufen. Und ein glänzender Goldring. Ein einfacher Goldring, aber so poliert, dass er nun fast spiegelt. Kaufen wir auch. Auch Geschenke immer kaufen. Das ist immer ganz gut eigentlich. Ich weiß gar nicht, wer den besitzt. Besitzt Liliana? Äh, die Fähigkeiten? Nein. Dann braucht man die auch nicht kaufen, weil es gibt da noch eine Quest, aber die können wir ja so nicht lösen. Da hätten wir ein Schurke werden müssen mit diesen, äh, Fallen bauen. Und so. Okay. Hier können wir jetzt mal weiter nichts kaufen. Dann gehen wir jetzt mal raus. Wir können ihn aber nochmal ansprechen. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ja. Ich verkaufe andere Waren. Du hast aber noch eine andere Quest wahrscheinlich, ne? Wo in Lotharing kann ich gut bezahlte Arbeit finden? Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ich, äh, nehme nicht an, dass ihr euch, äh, mit, äh, Giften auskennt? Vergiften? Ich habe mich an derartigen Dingen schon versucht. Ich wusste, ich würde jemanden finden, wenn ich nur lange genug herumfrage. Ich würde für ein einfaches Gift gut bezahlen. Es muss irgendetwas sein, was diese Dinger langsamer macht oder ihnen etwas zum Nachdenken gibt. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Oder habt ihr eine Ahnung, wo ich Zutaten finden könnte? Im nördlichen Wald gibt es Kräuter. Ansonsten gilt das Gleiche wie für alles andere auch. Seht euch im Dorf um. Manche Flüchtlinge haben Teile ihres Besitzes zurückgelassen, um schneller reisen zu können. Ich weiß allerdings nicht genau, was ihr benötigt. Möglicherweise habe ich auch etwas davon auf Lager. Ein giftiges Angebot. Dann gucken wir mal. Liliana kann Gifte herstellen, ne? Genau. Machen wir ein Todeswurzel oder machen wir Schlangengift? Machen wir ein Todeswurzel. Einmal, so, einmal hergestellt. Und jetzt gucken wir mal, ob er... Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Ich habe, was ihr wolltet. Großartig! Wenn diese Dinger auf mein Land kommen, wird ihnen das eine Lehre sein. Hier ist ausreichend Gold, um eure Ausgaben zu decken. Und noch etwas obendrauf! Mh, ja. Gold, das waren Silberlinge, 75 nur. Und irgendwas obendrauf. Was auch immer das war. So, mal gucken. Eine goldene Seilhalskette, die habe ich gekauft. Bier habe ich gekauft. Goldener Dingsring, habe ich gekauft. Was hat denn der uns da draufgegeben noch? Na, egal. So, und sprechen wir nochmal mit den letzten Jender Taverne. Es gibt nur noch einen, und zwar der hier. Der Blackstone Verbindungsmann. So wahr, ich lebe und atme. Ihr seid der graue Wächter, über den alle reden. Kann ich etwas für euch tun? Ich vertrete die Blackstone Freischärder. Wir sind eine Söldnergruppe, die nach dem Krieg gegen Orlé harte Zeiten durchgemacht hat. Ihr wisst sicherlich, dass die Zeiten jeden Tag schlimmer werden. Mit eurer Hilfe könnten die Freischärler Ferelden erneut von Nutzen sein. Wie kann ich euch helfen? Unsere Anführer haben schon vermutet, dass ihr bereit wäret, uns zu helfen. Jeder unserer Posten in Ferelden hält an euch adressierte Briefe bereit. Im Gegensatz zu den meisten, die mit uns zusammenarbeiten, erhaltet ihr die Briefe direkt von unseren Anführern Ra'el Noah und Tauran. Ich hoffe, das zeigt euch, wie sehr die Freischärler die grauen Wächter schätzen. Super. Ja, ich werde sie mir mal ansehen. Ich danke euch. Kehrt einfach zu mir oder einem unserer Mitglieder bei den Freischärler Posten zurück, wenn ihr eine Mission abgeschlossen habt. Wir sorgen dafür, dass ihr für eure Bemühungen entlohnt werdet. Möge der Segen des Erbauers euch den Weg weisen. Gleichfalls. Brief von der Blackstone Freischärler. Fleischlern? Gucken wir uns mal die Kiste an, was es da so gibt. Der letzte Rest. Meine Freundin, es gibt mehrere Personen, die sich verpflichtet haben, die Blackstone Freischärler in Zeiten der Not beizustehen. Diese Zeiten sind nun gekommen. Ihr findet hier drei Einberufungsschreiben. Stellt sie den unten angegebenen Personen zu und kehrt dann zu den Freischärlern zurück, um eure Bezahlung zu erhalten. Sollte sich einer dieser Männer widersetzen, müsst ihr alles in eurer Macht Stehende tun, damit er seinen Schmur erfüllt. Die Rekruten sind der Dernal Garrison in Redcliffe, Pater Gritsch in Lotharing und Varel Bern in Denerim. Euer Freund Tauran. Die haben wir mal angenommen und jetzt hier Pflichtversäumnis. Meine Freundin, die Freischärler benötigen die Dienste eines vertrauenswürdigen Mitarbeiters, der einige Deserteure aufspürt und sie zur Verantwortung zieht. Wenn ihr das für uns tut, werdet ihr entsprechend belohnt. Die Deserteure haben kostbare Vorräte entwendet, die für die Zukunft der Freischärler als kämpfende Organisation von äußerster Wichtigkeit sind. Verfahrt mit diesem wertlosen Gesindel nach eurem eigenen Ermessen und bringt als Beweis für euren Erfolg die gestohlene Vorräte mit zurück. Es werden weder Fragen nach euren Methoden noch nach dem Schicksal der Deserteure gestellt werden. Wir vertrauen auf euer Umsicht an dieser Sache. Ihr findet die Deserteure vermutlich an folgenden Orten. Samuel, Kellenhardtsee, Lason in Denerim und Tornas in Frostgipfelgebirge. Euer Freund Tauran. Nehmen wir mal beide an. Einberufungsschreiben von Blackstone und noch eine Quest, die nicht angezeigt wurde. Naja. Okay, dann haben wir hier soweit alles durch. Können hier auch wieder raus. Haben einiges geschafft wieder. Die Musik im Hintergrund, das ist echt cool. Aber das habe ich schon mal gesagt. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschö. 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 Tschö.